Und ich schneide mir zwei Worte alleine, nicht mehr und seine Nacht Ich bin wieder mal allein, ah nah Cadillac, im Cadillac dich ab Mit dir, nur mit dir hatte, ja ja, nur mit dir Komm doch bitte mit dir, flieg mit mir, heute nach Havana Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen Keiner so schön, wie du Zu viele Fantasien in meinem Kopf Oh, Leute, was ist das? Paraguay? Linksfittelfeld? Ist das Romero? Der Geist ist Romero Oh mein Gott Es ist Romero Oh, Biggie, ey, der schlechteste 91er Romero Ist das bitter Es war immerhin 50 K-Pack, muss man sagen Aber ich bezweifle ganz stark Ganz ganz stark, das ist überhaupt annähernd Annähernd Ist das Paraguay? Ich glaube schon, ne Annähernd 50 K-Wert ist Oh, Digga, ey, gucke mal Vielleicht ist es immer so, wenn noch was dahinter ist Oh, wird man vielleicht mit arbeiten? Nämlich würde man sagen, der ist 30 K-Wert Ja, 4 Stunden Skills geht, alter Aber dadurch, dass Neue noch drin ist, der bringt auch nochmal Knapp 50 Plus Gudin Bringt 20 oder 10, na gut Aber ich sag mal so, das Pack bringt auf jeden Fall über 100 K Mindestens Also, von daher Nice Wenn wir snacken das Pack Auf jeden Fall Hat sich doch noch gelohnt Ich dachte schon, na, Romero jetzt Aber, okay Leute Krankes Pack 5x85 plus Let's go, Leute Ihr wisst es, checkt wie meine Nice Shop aus Gönnt euch die Nice Designs Rot, Blau, Orang, Stuhlen, Kissen, Tassen, Turmbeutel Vieles mehr Ihr supportet mich Wie immer ihr wisst es, ihr habt direkt doppeltes Pack mit den Nice Sachen Let's Go, Digga Nose Pack Die Nase des Packlacks Muss man wieder auspacken Ich hoffe Ich hoffe zumindest Gönn mal was Gönn mal was Gönn mal was ganz Feines Das sieht schon wieder Ah, England Stürmer Harry Kane, Brudi Ah Digga 88er rated Harry Kane Digga, der hätte ich lieber Sterling genommen, Alter Ohne Scheiß Der hätte ich lieber Sterling genommen Das ist nicht gut, ey Aus dem 5x85er Pick ist das halt wirklich nicht so gut, ey Wirklich nicht so gut, ey Ah, das ist bitter, ey Ich hoffe, dass wenigstens noch zwei Walkouts dahinter sind Dann kann man sagen, naja Wir gucken mal Kommt zwei Walkouts noch Bitte Sonst war komplett lost Kommt zwei noch Einer, Alter Und Eriksen Ehrenmann Boah, Digga Henderson und Kane, ey Das ist echt Das ist ein schwaches Riccardo Pereira Bruder Und Parejo Die sind immer am Start, Digga Immer Ah, war ein schwaches Pack, ehrlich gesagt Bitter Riecht bitter Alles in den Verein Leute, willkommen zum 85er Pack 5 Stück 85 Rated Oder höher Lasst Like da, Leute Abonnieren, Glockaktieren, täglich einschalten Macht ihr eine Milliarde Likes voll, ne Und schreibt in die Kommentare, was ihr gezogen habt aus eurem Pack Ich hoffe, was gut ist Checkt ihr immer noch gerne den Shop aus Gönnt euch nice zu sein Orange, blau, rot, grünen Kissen, Tasten, Ton, Beut und vieles mehr Gratis Autogrammkarte gibt's dazu Und ihr unterstützt mich mit dem Kauf, ne Und ihr wisst es, doppeltes Packlack Habt ihr ein nice hoodie an, ist das Packlack direkt verdoppelt Ich sag nicht, also Gönnt euch Let's go Come on Immer, ihr wisst es, einfach Wir hoffen einfach Wir denken einfach im Kopf Es werden 5x85 Dann kann es, oh mein Gott Nur gut werden Oh mein Gott Italien, das ist schon Nein Hä? Ah, wo Ah, okay Ey, ganz ehrlich Das ist noch mit einer der besten Die man jetzt hätte ziehen können Ganz ehrlich Weil Verratti hätte 86 gehabt Chiellini hätte 87 gehabt Der hätte es sein können Aber Dadurch, dass es halt in Form ist Und in Special Card ist Können jetzt noch höhere Goldspiele dahinter sein 87, 88, 89 und so weiter Wäre es Chiellini oder Verratti gewesen Hätte keiner mehr dahinter sein können, der höher rated ist Deswegen ist das Zwar schon schlecht Aber für Italienflagge noch das Beste, was man hätte rausholen können Und in Form kann man immer für die SPC dann in der Regel verwenden Also von daher ist es in Ordnung Wir gucken mal 3-2-1 Let's go Also dann nehme ich lieber Consigli Als in Chiellini Genau deswegen Alter Courtois und Handanovic Pjanic und Depayokit 2,85 Egal Ich dachte schon Das wird jetzt hier wieder irgendwie super Gau mit Chiellini und Verratti Rudi, das ist eigentlich ein krankes Pack Weil du hast 2 High-Rated mit Handanovic Courtois Du hast 1 in Form Den du für die 85er SPC Später, früher oder später wieder brauchst Also optimal eigentlich Sehr, sehr Nices Pack 3 Walkouts Vollkommen zufrieden Wenn die Packs immer so sind So Leute, 2 Spieler Set 2x85 Lasst ein Like, da ist ein Abo Oder falls ihr nicht abonniert habt Gerne Kostos abonnieren Glock habt ihr täglich einschalten Leute, macht ihr eine Milliarde Likes Wolle ich Und wie immer in die Kommentare schreiben Was ihr auskommt Und Pack Geht so genau Ich bin gespannt Leute Und check nur wie man den Nice Show aus Gönnt euch in Rot, Blau, Orange, Grün Kissen Das ein Torbeutel Nice LED, dann wird vieles mehr Graz oder Kampagne Verzug Gönnt euch die Nice Designs Doppeltes Pack Ich sag's euch also Wer nicht gönnt Ist selber schuld Ich danke euch für den Support Ab geht's Wie immer 2x85er erwarten Kann nicht schief gehen Kann man nicht enttäuscht werden Ihr wisst es ja Let's go 85er Come home, Brüdi Brasilien ZIV Jawohl Trigger Oh, mein Gott, Alter Es hätte auch irgendwie schön Alisson oder so werden können Es hätte Neymar werden können Neymar habe ich gar nicht gedacht, ne Es wäre natürlich wirklich 2x85er, Alter Oh, das ist traurig, ey Ist das traurig, ey Nicht mal irgendwie Champions League Karte David Silva Dass dahinter noch irgendwas sein könnte Nein, 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 nein Nein Es ist ein 2.85er hinter Isakulashi Ist in jedem 3. Pack Oh, Milinkovic David Sieht man nicht ganz so oft Oh mein Gott, Alter Das ist so traurig, ey Direkt den Verein Direkt den SPC Clutch Damit sie unterstützen Dann mache ich das Ganze gerne weiterhin für euch Wenn ihr Support zeigt Gerne, Leute Also, wäre ehrenhaft Also, wenn jetzt was Schlechtes gezogen wird Dann gehe ich davon aus, dass die 1000 Likes nicht voll waren Sprecher Okay, Leute Was war das denn grad für ein Klatsch auf meinem Knie Aber full-laut Hat man nicht mehr getan, ne So muss man das machen Okay 3,2 3,2 1 Let's Go Gönnen was Komm 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 Mann, Alter Was Digga Nein Nein Ich kann in die Hose Oder Nein Alter Nein, Mann Warum Warum Was hat ich denn dem was habe ich den diesen fieber gott getan dass ich an da und schon bekomme alter mann alter ist einer der schlechtsten kommen eine halte hole ein ptodum er ich frage ich trug vom stuhl alter bei dem pack hier bruder ein das ist wirklich katastrophe das ist katastrophe das einzige was dieses pack noch einigermaßen erträglich machen könnte könnte eigentlich kann das pack nicht man aber das einzige was machbar wäre wenn alle fünf alle vier aber alle vier anderen spielern der an uns wo man habe ich es verdient alter ich weiß es nicht leute die tausend likes man wieder nicht voll ist lag wieder euch leute die tausend likes man wieder nicht voll dann ziehen wir wieder so was ich glaube es ist nicht das kann doch nicht wahr seine irgendwie schau mal also wie gesagt einzige möglichkeit wenn er noch die walkout hinter ist dann sage ich das pack ist okay dann ist nicht gut aber ist eigentlich nicht okay ist eigentlich ist nicht okay da darf man auch nicht sagen das ist okay da wird er noch belohnt wird er noch bestätigt ihr dass die so packs geben und das ist okay sagen dann auch einige wie ich älter nene das ist auch gar kein fall okay wir gucken was denn das let's go auf jeden fall scheiß egal was denn das ist kacke man okay ja nein ist doch ist doch kacke ist kacke alter auch wenn er dahinter warum ist hasard nicht vorne drauf willst du mich verarschen die geht warum es hat da nicht vorne denn ja dann kommt dann da nur willst du mich verarschen warum was da warum nicht was da ich habe verbindung von mir aus packt familie oder vor auch wenn er nur 87 hat ist mir kacke egal aber nicht fand da nur wenn ich schon die slowenien flagge sehe ehrenhaftes land zu bewählen in wirklichkeit ist land aber dann kotze ich auch mein schoß eigentlich diese plage schon sie weil ich schon weiß da kommt wieder vor allem